Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Du bist nicht von hier, oder? Nein. München? Ich war nur mit der Schule in München. Und soll ja ganz cool sein. Ich fand's irgendwie ein bisschen langweilig. Okay. Ich bin Laura. Roman. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, ich war grad nur spazieren und hab das Auto gesehen und das Nummernschild. Und dann hab ich gedacht, warum nicht mal Hallo sagen. Kannst du mir vielleicht zwei Euro leihen? Ähm. Ja. Ja, klar. Roman. Danke. Du bist wegen Peter hier, oder? Was für ein Peter? Peter Wagner, der Junge, der in der Schule da... Ja. Wer weiß nur das? Die meisten, die von woanders herkommen, sind wegen ihm hier. So Reporter, Fernsehen und so. Mhm. Bist du von hier? Mhm. Kanntest du den? Klar kannte ich den. Soll ich dir vielleicht die Schule zeigen? Also, wo er es gemacht hat? Äh. Ja, also, ich muss eigentlich noch arbeiten. Äh. Ist gleich ums Eck. Ja, also, okay. Steig rein. Du bist wegen Peter hier, oder? Was für Peter? Peter Wagner, der Junge, der in der Schule da... Ja. 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 Ich find my home in the birds, and we will try to fly. Ich find my home in the birds, and we will fly. Die Lichtverhältnisse in der Schule an dem Tag waren eher dunkel. Peter Wagner begann sein Tötungsvorhaben unmittelbar nach Betreten der Schule um circa 10.05 Uhr in die Tat umzusetzen. Die Leute sagen immer Amoklauf. Peter hat es ganz bewusst gemacht. Und ich find my home in the stand of birds. Even when you want the love, you make it a plan fly. Untertitelung des ZDF, 2020